Nein, ich trinke heute gar nichts mehr. Ja, irgendwann, es ist der Punkt erreicht, wo man auch sagen muss, irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, heute ist es definitiv, definitiv. Kashi und Serimi sind kurz davor zu gehen. Ich spüre es. Die haben keinen Bock mehr auf mich. Ja, ich meine, da merkt man auch, wo die Freundschaft ist. Sie sagen, jetzt ist Schluss. Wir wollen... Sprite ist ja alle. Wir wollen nicht mehr mit dir befreundet sein. Und die wollen es ja auf den Weg machen. Weil Serimi, da machen wir uns alle nichts vor. Die hat das von Anfang an darauf abgesehen, mit Kashi heute noch durchzubrennen. Na klar, ich habe nichts anderes zu tun. Da wird einiges noch gleich passieren. Ich bin gespannt. Freunde, wenn einer sagt, bist du einfach so viel Schizo? Dann sage ich ganz ehrlich, nein. Wieso? Hast du ihn mal bitte für mich? Ich vertraue Kashi, dass er Serimi nicht anpackt, weil sie ist ja schließlich die Redakteurin. Und das ist wichtig. Und die Redakteurin, da vertraue ich auch, dass sie den Schizo-Kumpel nicht anpackt, weil er ist ja der Kumpel. Sie packt ihn bestimmt nicht an. Das wird heute nicht passieren. Sollen wir noch was aufräumen? Nein. Lasst alles so, wie es ist. Ich mache das später in Ordnung. Nein, ihr räumt hier gar nichts auf. Wenn einer weiß, wo das ein oder andere hingehört, dann bin ich das. Das ist alles okay. Das willst du mir noch trinken, ne? Hä? Das habe ich mir noch gerade eingeschränkt. Warum kippst du das jetzt weg? Du hast genug zu trinken gehabt. Hör auf jetzt. Ein bisschen. Hör auf, dass du mir jetzt wegstern willst. Ich habe das bezahlt. Ich habe das gekauft bei Rebe. Nimmst du mir das jetzt ernsthaft weg? Dein bester Freund entführt gerade die Liebe meines Lebens. Und das war Bacardi Rez. Und die nimmt er mit. Und ich frage mich, warum er schon wieder mit einer anderen durchbrennt. Er hat mir versprochen. Er hat mir versprochen, dass er mir nie wieder eine Freundin aufspannt. Ja? Das hat er schon mit meiner Ex gemacht. Er hat so meine Ex-Ex gemacht mit der Ex-Ex-Ex. Du nimmst alles weg, was ich liebe. Warum nimmst du Bacardi weg? Das ist mein Lieber. Warum nimmst du mir meinen Bacardi weg? Mach's gut, Gashi. Ciao auf der guten Haut. Ciao, Gashi. Ich sage den Leuten jetzt noch Tschüss. Und dann bin ich wieder für euch da. Ich sage den Leuten noch Tschüss. Ich verabschiede sie anständig. Wisst ihr, wie eine anständige Verabschiedung ist? Wie eine anständige Verabschiedung aussieht? Bin ein Kuss auf den Mund. Achtet ein bisschen auf mich. Weil ich bin alleine jetzt. Es kann niemand mehr eingreifen in die Materie. Jörg, du weißt, wovon ich rede. Und jetzt blow ich ein. Das hast du noch nicht gesehen. Leg los. Blass für uns bitte. Jawohl. 0,29 Alkohol. Wir haben vorhin schon gemerkt, das kann nicht sein. Nein, da stimmt etwas nicht. Und wir tragen das in die Liste ein. Wo hat der jetzt die Liste gelassen? Gashi! Wo hast du die Liste gelassen? Jetzt ist Gashi weg. Jetzt ist zu spät. Wo hat einer gesehen, wo er die Liste gelassen hat? Hat er die mitgenommen? Gashi! Er hat hier in den Eimer das geschüttet, was ich noch trinken wollte. Da war noch Alkoholtrinker drin. Aber mit einem Move hat er nicht gerechnet, dass ich das außen in den Eimer wieder zurück in ein Glas schüttel. Ich sag jetzt, wie es ist. Ich will auch gar nichts mehr trinken. Aber ich schütte mir noch was vorhandenes. Weißt du, das ist ja auch alles Geld. Ich habe Geld dafür ausgegeben. Und das schütte ich zurück ins Glas. Und wenn ich das wieder im Glas habe, das Getränk, dann kann ich es auch wieder schnabulieren. Es ist ja nur noch das, was jetzt im Eimer ist. Und das kippe ich zurück ins Glas. Jetzt hole ich mir noch mal ein Glas aus dem Schrank und kippe das vom Eimer, was Gashi versehentlich nicht gleich in die Toilette gespült hat, kippe ich zurück in den Eimer. Wenn es wieder, kippe ich zurück ins Glas. Und wenn es wieder im Glas ist, dann trinke ich es noch mal. Und das mache ich. Und das ist das Letzte, was ich heute machen möchte. Ich möchte noch mal aus dem Glas trinken. Das mache ich. Und der Kashi, der jetzt gerade die Heimfahrt antritt, der wird sagen, ach, ein Ärgernis. Eieiei, habe ich es nicht, die Toilette heruntergespült. Und dann kann ich nur sagen, Kashi, Edgy Batch. Oh, Nick ruft mich an. Videoanruf. Okay, also. Ja, Nick. Kevin, du Hurensohn, Junge. Ich habe dir doch gesagt, schick mir keine WhatsApp-Sprachnachricht. Kann ich mir nicht anhören. Warum schickst du mir denn noch eine Sprachnachricht? Also, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Dann hast du gesagt, Kevin, du Hurensohn, schick mir keine Sprachnachricht mehr. Da dachte ich, ach, ich schicke dir mal lieber noch eine Sprachnachricht. Und habe noch eine zweite geschickt. Wo ist das Problem jetzt? Ich sehe, dass du gerade hier auf dem Handy bei mir bist. Und ich frage mich, wie du das von der Technik her machst. Ich wundere mich ein bisschen. Ich bin gerade im Ghetto unterwegs. Alter, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin gleich im Stream. Nick, wie viel hast du heute getrunken? Fünf Bier. Und fünf Bier? Löst das schon was bei dir aus? Oder sagst du, alles ist noch stabil? Nein. Sagen wir mal, es ist halt nicht mehr so normal. Aber so ein bisschen würde noch gehen. Wie läuft es bei dir so? Es würde von mir aus auch noch ein bisschen gehen. Ich fühle im Prinzip noch gar nichts. Es ist komisch. Aber der Kashi ist gerade abgedampft. Und er hat mir den Alkohol weggenommen. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Ja, schade. Da war noch sehr viel drin in der Flasche. Kashi hat das einfach weggenommen. Obwohl ich das mit meinen finanziellen Mitteln bezahlt habe, hat er es mir einfach weggenommen. Aber wisst ihr was? Der Kashi, der darf das. Der darf mir das wegnehmen. Denn ich habe ihm gesagt, kümmere dich um mich. Sei mein Herde. Kümmere dich um dein Schaf. Und ich finde, das hat er gut gemacht. Er hat sich gut um mich gekümmert. Und da muss man auch mal sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle gemeinsam ein dickes Dankeschön an Kashi. Er hat sich sehr gut um mich gekümmert. Das habe ich von einem Doktor erwartet, der hier heute war, dass er sich um mich kümmert. Und er hat sich um mich gekümmert. Ja, da kann man auch mal applaudieren. Es ist nicht fehlangebracht an der Stelle. Es ist unfassbar. Du kannst in den Laden gehen und einfach so eine riesige Plastikflasche mitnehmen, wo vorne drauf steht, zwei Liter, zehn Prozent, bam, Starkbier und fertig. Wenn du die platt hast, das reicht dir einfach für den Kipfel, für den ganzen Abend, ey. Ohne Scheiß. Ja, da reicht dann, äh, da reicht dann voll sich aus, würde ich sagen. Oh. Was ist da denn drin? Es ist erst mal komisch, dass im Eimer mehr Flüssigkeit drin ist, als in ein Glas passt. Das heißt, da kann ja nicht, äh, nur ein Glas drin sein, da muss ja mehr drin sein. Und es schmeckt auf einmal auch mega wässrig. Was haben die in den Eimer da reingetan? Hat das jemand mitbekommen? Ja. Na nun, da bin ich aber gewaltig verrutscht. So. Auch du sagst bitte Bescheid, Andi, wenn gesund erhältliche Probleme da sind. Wenn du merkst, es geht nicht mehr, kommt auch von irgendwo ein Lichtlein her. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist doch komisch. Das ist doch nicht nur aus dem Glas. Da ist doch mehr drin. Ja, ich denke mal, was man normalerweise macht für so einen, äh, ich sag mal, für einen Kotzeimer, was man immer macht, ein bisschen Wasser rein. Achso, stimmt. Hat die ja Wasser reingemacht? Das würde Sinn machen. Ich hab da auch nicht mehr bekommen, dass da jemand was reingefüllt hat. Äh, Serim, ich schreib schon, da ist auch Wasser drin. Nee, das schmeckt nicht mehr. Dann, äh, ne. Nee, dann ist Schluss jetzt. Dann trinke ich das nicht mehr, wenn die da jetzt noch Wasser reingekippt haben. Ist ja ekelhaft. Aber ich hab schon Zahn belagt, bis zum, geht nicht mehr. Ich merk das doch. So, also, meine Zähne sind so rau, da würde niemand mehr drauf ausrutschen. Sagen wir es mal so. Ich trinke gleich Wasser, also Selta, das werde ich machen. Und ich nüchtern live mit euch aus. Mein Gesicht, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, mein Gesicht fühlt sich teilweise an wie gelähmt. Das ist ein bisschen komisch. Also die Twitch hat jetzt umgestellt und, äh, wenn du Songs benutzt, die, äh, von der GEMA nicht freigegeben sind, äh, wird, äh, wird die Musik im Stream gesperrt. Ja, das ist aber schon lange so. Das ist aber eigentlich schon lange. es ist lang genug so, dass die, äh, von der GEMA sich da einschalten. Das ist schade. Ja. Jedes Lied, was du halt irgendwie verbreitest oder selber singst oder wie auch immer, es ist halt gratis Werbung. Es halt nur, wir haben halt jetzt noch auf der ganzen Welt keine Gesetze, wir es regulieren können, weil es ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich sag's halt einfach, okay, wir erkennen, das ist halt, äh, ja, das man eben stumm macht. Ja, deswegen, deswegen, äh, Hans Wurst, ich hab's gelesen, ja, ich bin auch Raucher, stehe ich auch zu. Das ist meine einzigste Schwäche, die ich noch habe. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist einfach, äh, bei mir ist das so, äh, die Songs haben schon irgendwo einen Wert, aber, ich mach meinen eigenen Text, also, das ist von mir frei erfunden halt, ne? Ja, ja. Ja, aber du hast schon, du hast halt so einen Sinn. Ich trage jetzt noch den Seitentisch, den Stehtisch, raus und stell mir hier noch meine Pflanze hin, wie sie eins auch hier in vorderbrachten stand. Komm Jörg, heute überraschst du ihn, heute kommst du rein. Jörg, du warst wirklich noch nie beim Schizo drin? Nein, ich bin heute, ich bin heute Relive, ich bin heute zum ersten Mal bei Schizo, weil ich mir gedacht hab, so, Mensch, der macht eine Party, komm, da musst du den Jungen auch mal was Gutes tun. Und darum hab ich mir gesagt, heute möchte ich auch bei der Audio dabei sein, deswegen bin ich direkt auf seinen Discord-Server gegangen, direkt, zack, in die Wartezone und boom, da bin ich. Einwand frei, Einwand frei. Ich sag immer, es kommt immer drauf an, welches Konzept derjenige hat und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das auch schon passiert, dass sehr viele Leute im Chat waren und dann ist der Chat etwas schneller gelaufen und dann hab ich auch manches aus Versehen natürlich überlesen. Oder machst du jetzt dein Workout durch und danach antwortest du auf alles, wie machst du das? Würde ich mir gerne mal wissen. Ist so, wenn ich starte, dann hab ich das... Ich denke mir immer, es ist jemand da. Und, ob jetzt jemand zu spielen, ist egal. Das ist halt für jeden... Ich weiß nicht, dass ich einfach so drauf los habe, was man einfach drauf... Freunde, ich weiß auch nicht, was los ist. Auf jeden Fall kein... Also. Ich bin immer noch live, ich bin ein bisschen angeschwimst. Tschüss, wenn man nicht mehr weiß, ich bin ein bisschen angeschwimst. Gerade im Chat bei mir Gary, Andi und Jörg. So. Und die reden miteinander. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann kommt in meinen 24 Stunden Livestream. Ich bin noch bis morgen halb eins live. Kommt rein und werdet die Lausche auf. Hört euch an, was die Menschen zu sagen haben. Es ist faszinierend. Und wenn jemand da zuschaut, muss derjenige auch mitbekommen, okay, das ist das Programm, das mache ich und das ist der Grund, warum ich zuschauen sollte. Ich habe auch damals Bökenreden gemacht und so was. Ja, also, ich habe es leichter, wie er, sage ich jetzt mal. Aber ich sage immer, Andreas, das ist klar, wir arbeiten dran. Aber es ist genau richtig, was du sagst. Das bin ich auch komplett dabei. Aber Shizo muss mir jetzt auch da was dazu sagen. Ich will Shizos Meinung definieren. Welche Meinung, wozu? Ich war gerade abgelaufen. Aber jetzt gerade so unsere privaten Podcasts hier ablaufen, habe ich das Gefühl. Aber ich hätte auch gerne mal so den Kevin jetzt Kapper mit dem Treffen. Ja, ich konnte gerade den Wort laut nicht mehr ganz folgen, weil ich visuell abgelenkt war von anderen Medienplattformen, die gesagt haben, Shizo, lenkt doch mal die Aufmerksamkeit auf meine Plattform. Das habe ich gerade getan. Deswegen frage ich ganz höflich und vorsichtig, was habt ihr gerade geredet? Lasst Shizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern-Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Shizo-Shop, aber wer will schon, zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.